Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen News-Video bei uns auf dem Finanzwege-Kanal. Heute werden wir uns einmal gemeinsam Cisco und dann noch ThyssenKrupp anschauen. Schauen, was sind die News, was sind hier die Bewegungen und vor allem Dingen, was denken wir persönlich über den Chart. Lassen wir also noch die eigene Meinung mit einfließen. Wir sagen jetzt einmal hier direkt ins Video rein, deshalb, wenn es euch am Ende gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Supportet uns am meisten, vor allem den Kommentar auch gerne mit eurer Meinung, was ihr denkt zu den Aktien, was könnte hier passieren und wo geht es hin. So, wir fangen jetzt einmal an mit ThyssenKrupp und zwar sehen wir schon hier oben, 5,8% haben wir heute Morgen plus und das Ganze hängt eben hier das deutsche Urunternehmen womit zusammen. Wir haben von ThyssenKrupp jetzt eben sozusagen die Quartalszahlen gesehen und dort habe ich euch einmal einen sehr interessanten Artikel mitgebracht, wenn wir einmal hier drauf gehen. Zum einen haben wir ein Wachstum im sozusagen jetzt vergangenen Geschäftsjahr von 18% des Umsatzes auf 34 Milliarden gesehen. Das können wir hier unten auch nochmal lesen. Aber vor allen Dingen geht es eben bei ThyssenKrupp darum, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, weil man eben sagen muss, dass das Unternehmen, wie wir auch gerade eben schon im Chart gesehen haben, eine sehr größte Talfahrt, hatte eben nach vor allen Dingen 2,21 sowieso, aber insgesamt einfach auch, weil das Geschäftsmodell von ihnen nicht mehr so gut lief. Wer es nicht weiß, ThyssenKrupp selber ist einfach ein sehr breit diversifiziertes Unternehmen, was vor allen Dingen in der Industrie spartätig ist, also in der Stahlverarbeitung beispielsweise, aber auch in der Elektrolyse beispielsweise, also in der Wasserstoffindustrie. Also wir kommen da auch später nochmal drauf, sehr, sehr viele Bereiche und eben jetzt vor allen Dingen mit Corona diese sehr großen Abverkäufe gesehen aufgrund eben vieler Lockdowns, die dann eben vor allen Dingen in der Industrie bedeutet haben, dass wir hier Lieferverzögerungen, aber eben auch Lieferkettenprobleme hatten. Das haben ja insgesamt viele Unternehmen. Und wenn wir jetzt deshalb noch einmal zurückspringen auf diesen Artikel, dann geht es hier vor allen Dingen aktuell, wenn wir uns jetzt diesen sehr starken Run-Up anschauen, darum, dass das Unternehmen erstmals wieder mit positiven Gewinnen, also mit Jahresüberschüssen rechnet. Das Ganze hängt damit zusammen, dass bisher eben die letzten zwei Jahresüberschüsse immer negativ waren. Jetzt ist eben fürs laufende Geschäftsjahr eben diese Berichte rausgekommen, wo wir jetzt aber eben auch den Vorlauf fürs nächste Geschäftsjahr sehen und hier soll nächstes Jahr eben erstmals wieder ein Überschuss von einer Milliarde sein und eben auch eine EBIT-Verdopplung auf, glaube ich, 1,5 bis 1,8 Milliarden genau. Das bedeutet hier, das Unternehmen sieht sich einfach in den nächsten Jahren eben stärker zurückkommt, hier wieder stärker seine Position festigen und eben auch, sage ich mal, mit einem Abklingen der Corona-Pandemie wieder ihre Produktionen und alles auf 100% hochzufahren. Dazu kam jetzt eben noch sehr interessant, wenn wir jetzt einmal diese Quartalszahlen hier außer Acht lassen, dass eben das Unternehmen jetzt darüber gesprochen hat, seine Wasserstoffsparte, seine Elektrolyse-Sparte auszugliedern und selber an die Börse zu bringen. Das ist eben sehr interessant, weil bei seiner Wasserstoffsparte, was aktuell schon als eigenes Unternehmen mit Sitz in Dortmund tätig ist, ist es eben so, dass jetzt eben, wie wir auch schon lesen können, bei diesem Konzernumbau das Ganze ausgegliedert werden soll und dann im Frühjahr 2020 an die Börse kommen soll. Was hier eben sehr interessant ist, wie gesagt, Joint Venture, ThyssenKrupp hält hier zwei Drittel und dann eben noch ein italienisches Unternehmen, Denora heißt das Ganze, halten das andere Drittel. Was ist jetzt hier interessant, was wir einmal sagen müssen, ist eben, dass das gesamte Unternehmen einfach jetzt so schnell vor allem an die Börse gebracht werden will, weil ThyssenKrupp hier vor allem, sage ich mal, von dem kommenden Wasserstoffhype, beziehungsweise von dem aktuell bestehenden Wasserstoffhype in gewisser Weise profitieren möchte. Das Ganze soll finanziert werden über den IPO, das heißt, wir haben hier den IPO des Unternehmens, dieser ausgeliederten Sparte, darüber sollen Gelder gesammelt werden, damit dann das ganze Projekt finanziert wird. Ich glaube, das könnte sehr interessant werden, viel mehr Infos hat man bisher noch nicht darüber, wie der gesamte IPO etc. ablaufen soll, aber ich glaube, hier auch sehr interessant, einfach mal wieder ein Vorstoß von einem deutschen Unternehmen in diesem Bereich Wasserstoff, da wir einfach gerade aus dem deutschen Raum bisher extrem wenige Unternehmen haben und hier mit ThyssenKrupp ein sehr großes Unternehmen hat, haben, was eben auch sehr viel Erfahrung auf diesem Bereich hat. Deshalb sind, glaube ich, auch in meinen Augen aktuell hier heute diese Kursgewinne von fast 6%, wie wir es schon sehen können, vor allem damit zusammenhängt, dass hier viele deutsche Investoren auch an sowas interessiert sind. Natürlich wird mit so einem Papier dann meistens auch spekuliert, gerade im Zusammenhang mit den Quartals. Das soll jetzt aber erstmal zu ThyssenKrupp gewesen sein, also hier die News einmal ganz kurz zusammengefasst. Jetzt schauen wir uns einmal Cisco an und hier sehen wir schon anhand dieser Art, mein Fehler, Entschuldigung, wir wollen, bevor wir uns jetzt einmal Cisco anschauen, noch einmal ganz kurz charttechnisch schauen, was jetzt eben, sage ich mal, hier bei ThyssenKrupp aktuell passiert und zwar sehen wir schon einmal, hier oben haben wir natürlich sehr viel Konsolidierung, eben, sage ich mal, von dieser Bewegung ab Anfang Februar bis Ende Mai, wo wir schon sehen, dass sich hier eben sehr viel Kaufvolumen gesammelt hat, was jetzt erstmal schwer würden könnte, für den Chart hier durchzubrechen. Wir sehen es, gerade sind wir jetzt eben mit den neuesten News hier ziemlich genau an diesem Bereich dran, das bedeutet, hier müssten wir jetzt erstmal wahrscheinlich wieder ein bisschen Kraft sammeln, bevor wir dann hier durch diese wichtige Marke, sage ich mal, von den ziemlich genau 10,80 Euro bis eben den 12 Euro durchbrechen könnten. Ansonsten sehen wir aber auch schon, dass wir hier unter uns auch schon sehr viel Support gesammelt haben inzwischen, wo wir eben auch theoretisch, realistisch gesehen nochmal hier in diesen Bereich zurückfallen könnten, sage ich mal, von den 8,60 Euro bis eben den 9,40 Euro. So, charttechnisch sehen wir es eben, da ThyssenKrupp eben von oben gekommen ist und eben einen insgesamt eher absteigenden Kursverlauf hatte in den letzten, sage ich mal, vier Jahren, ist es eben so, dass nach oben hin, sage ich mal, relativ viel Kaufvolumen über uns liegt. Das bedeutet, wenn sich die Firma hier unter erholen sollte, könnte es natürlich sehr gut sein, dass wir hier in den nächsten Jahren auch nochmal einen sehr starken Kursanstieg sehen, da es eben ein sehr interessantes deutsches Unternehmen ist. So, da war jetzt aber erstmal mal dazu gesagt, natürlich kommt es hier auch immer sehr auf die News drauf an, die wir eben haben, deshalb charttechnisch hier bei dem Unternehmen meiner Meinung nach jetzt erstmal nicht so interessant. Aber wollten wir natürlich nochmal kurz besprechen. Jetzt kommen wir noch einmal zu Cisco und wie ihr schon seht, hier auf dem Dow Jones Chart sind wir eben noch nicht geöffnet, deshalb hier auch US-Dollar, aber wir sehen eben schon hier im Pre-Market eben minus 6,6%, das war noch zwischenzeitlich schon mal mehr. Womit hängt das Ganze zusammen? Ja, da müssen wir uns jetzt einmal auch das Ganze ansehen und zwar hat eben Cisco, hier in diesem Artikel geht es darum, seine Geschäftsausblicke für das kommende Geschäftsjahr veröffentlicht und dort ist eben ein sehr großer Dämpfer drin gewesen, weil Cisco selber eben aufgrund Lieferengpässen, gerade in der Chip-Industrie, eben wie das eben aktuell bei sehr vielen Unternehmen auch der Teil ist, dass sie eben mit diesen Chips eine sehr große Mangelware auf dem Markt haben, nicht seine Umsatzsteigerungen so wie erwartet durchführen kann und zwar sprechen sie jetzt selber von einem Umsatzanstieg von 4,5 bis 6,5%. Da haben die Analysten eben weitaus höher geschätzt für das kommende Geschäftsjahr, eben nach diesem sehr großen Wachstum, was wir bei Cisco jetzt auch in den letzten Jahren gesehen haben. Daher eben jetzt eben mit diesen kleineren Schätzungen erstmals wieder ein Chart-Rücksetzer. Das Ganze liegt eben daran, dass Cisco sagt, wir selber können eben nicht die Kapazitäten, die wir gerne produzieren wollen, produzieren. Das bedeutet für uns eben ganz klar, dass wir eben hier zurücktreten müssen, einfach aufgrund von Corona, also nicht mal selber verschuldet. Und das ist natürlich sehr schlecht für sie, eben weil sie hier an dieser Situation nichts wirklich ändern können. Das heißt, sie können selber erstmal jetzt nicht sagen, wir werden so und so darauf reagieren, sondern sind erstmal wirklich von dieser, sag ich mal, Chip-Krise betroffen. Das ist aber auch sehr wichtig bei eben hier Cisco, weil man muss auch ehrlich sagen, dass Cisco natürlich ein Unternehmen ist, was von Corona unglaublich profitiert hat. Wenn wir uns das Ganze hier einmal ansehen, natürlich haben wir diese sehr großen Abverkaufe gesehen im März, wie bei jedem Unternehmen, haben aber seitdem auch einen sehr starken Anstieg gesehen von hier insgesamt fast 70%, kann man jetzt schon sagen. Das Ganze hatte natürlich sehr, sehr stark damit zu tun, dass sie eben mit dieser Sparte, wie ihr es wisst, sie sind eben in dem Bereich, sag ich mal, von unter anderem Internetgeräten zuständig, also beispielsweise Router, Switches etc., die sie eben produzieren. Dafür werden auch teilweise eben diese Mikrochips gebraucht und das ist natürlich dann ein sehr großer Downer, wenn sie eben hier nicht ihre Kapazitäten beihalten können. Was wir aber schon sehen, ist sehr interessant, dass Cisco hier auch gerade erstmal zurück in diesen Bereich seiner vorherigen Konsolidierung fällt, bevor wir eben, sag ich mal, diesen All-Time, noch nicht All-Time-High-Run-Up, doch All-Time-High-Run-Up gesehen haben. Danach sind wir nochmal abverkauft worden, hier unten auf, sag ich mal, diese grüne Linie, wo wir uns bisher eben dann sehr schön einen Bounce gesehen haben. Jetzt sind wir aber im Pre-Market, gerade eben genau hier in diesem Bereich, sag ich mal, von 52 bis eben 54 US-Dollar, wo eben sehr viel auch wieder an Konsolidierung ist und wo der Kurs jetzt erstmal nicht so schnell durchfallen wird. Das bedeutet, heute könnte es gut sein, dass wir eventuell auch nochmal größere Abverkäufe sehen, aber alles in allem ist das jetzt eben die News gewesen. Cisco kann an diesem Fakt leider gerade nicht selber ändern, kann eben aufgrund der Tatsache eben hier nicht viel mehr machen und eben nur diese Pressemitteilung rausgeben. Wie sich das Ganze entwickelt, gerade mit der Chip-Industrie und der Chip-Herstellung, das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Wenn ihr wollt, dass wir dazu noch ein Video machen, einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, ich hätte da echt mal Bock drauf. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil wir einfach sehen, dass die gesamte Industrie und einfach die gesamte Weltwirtschaft in gewisser Weise aktuell von solchen kleinen Chip-Dingern abhängig ist und viele Unternehmen einfach deswegen beschränkt sind. Deshalb, wenn ihr dazu das Video sehen wollt, sagt uns gerne nochmal Bescheid. So, das soll es aber eigentlich jetzt von heute erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne hier, wie gesagt, ein Like und ein Abo, da supportet uns einfach am meisten und dann droht uns hier auch ein bisschen für die Arbeit gerade zu sehen, wenn euch das Video gefallen hat. Das war es soweit heute von mir. Am Freitag noch eine sehr schöne Aktienanalyse, gerne da mal vorbeischauen. Ciao.